weniger gold dafür mehr nikos ja bin offen für cb wait 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 das ist wenn ich das richtig im kopf habe dann ich habe das für mich richtig im kopf zyra hat eine 100 prozentige chance im loaded dies auf level 3 weil es kein wisper und keine woker gibt im t1 t2 bereich das hat mal jemand erwähnt ich habe ich weiß nicht ich weiß mehr wo ich es gehört habe aber ich habe es mal irgendwo gelesen ich habe es mal irgendwo gelesen und die diskussion war dass zyra 3 in 2 1 useless ist das war damals die diskussion was auch an sich korrekt zyra 3 ist momentan noch useless aber es ist ich habe es mal Vielen Dank.